Hallo und Dein herzliches Willkommen zu diesem neuen Video. Ich will jetzt mal kurz ein kleines Status-Update geben. Das ist meine erste Version von meiner Autogrammkarte. Ja, ich muss mich gerade kurz sammeln. Das habe ich gerade in Affinity Photo in der letzten Zeit erstellt. Das Design gefällt mir eigentlich relativ gut. Man sieht hier diesen Rand. Dieser Rand ist endlich nicht da. Das ist nur ein Grafik-Bug. Wenn ich hier mit 1000-facher Vergrößerung ranzoome und komplett einfach mal hochzoome, scrolle. Man sieht hier kein Stück nicht schwarzen Pixel. Das ist ein Bug. Ich habe gerade schon mal gesehen, dass es rausgebackt ist. Das wollte ich auch schon mal so sagen, weil man da vielleicht schon gesehen hat. Aber so sieht es aktuell aus. Ich will mich mit diesem Video zeigen, die ich aktuell schon erreicht habe. Das ist immer die Autogrammkarte. Auf der habe ich mich als Landschaft fotografieren lassen. Oder fotografiert. Dann eben halt Versaichen. Dann haben wir noch Bilder für zum Beispiel Technik. Kamera Equipment. Also Kamera Zeug. Oder auch Kamera. Beziehungsweise auf Fotos machen. Auf Vlogs. Dann haben wir halt ein Gaming-Logo. Also ein Controller für irgendwelche Gaming-Videos. Let's Plays oder Spiele. Weil ich das allgemein ja. Mit diesem Grund habe ich ja den Kanal gegründet. Und das Zeichen, also ein Atom-Symbolbild. Wie eine Vorstellung davon ist, habe ich auch schon da drauf. Weil ich mal auch relativ noch ein paar Physik-Projekte, die hier drauf vorhabe. Dann habe ich noch so ein paar Farben. Also etwas helleres Rot oben. Für Max Eurus. Dann auch ein Grau an beiden Seiten. Weil das für mich auch die Farben sind, die ich auch teilweise schön finde. Und auch verwende. Deswegen findet ihr das Design so in Ordnung. Meine Frage an euch. Ihr seid meine Zuschauer. Und ich will euch mal zeigen, ob das für mich, also für euch ansprechend ist. Wenn ja, würde ich mir davon ein paar bestellen. 200 Stück. Und in der ersten Generation. Sag ich schon mal, ihr könnt das einfach unten als Kommentar schreiben. Und das einzige, was ich ja noch euch zeigen kann oder will, ist schon mal die nächste Version von meinem Intro. Denn ich habe schon an einem neuen Intro gearbeitet. Man sieht ja gerade schon in DaVinci Resolve. Mit dem Programm schneide ich und arbeite ich auch generell. Das Intro ist noch nicht fertig. Und ja, das muss noch ein bisschen, habe ich noch einige Sachen, die ich noch vergessen habe oder noch nicht fertig habe. Das sind, ich zeige euch das erst einmal. Danach werde ich euch, kann ich euch nochmal ein bisschen was erzählen. Das sind die Sachen, die ich noch nicht fertig habe. Diese ersten vier Flächen. Weil ich in denen noch ein bisschen schauen will, wie ich das schneiden will. Dann habe ich mich, weil teilweise auch ein bisschen kompliziert ist, um mal zu schauen, was man da genau einsetzt. Ja. So sieht es aktuell aus. Ich lasse es mal kurz hier stehen. Nein. Das Problem ist mit diesen drei Flächen hier. Die man hier unten hat. Ich war mir nicht, also da habe ich mir mal für meinen Weg zum Physiker, habe ich mir schon Gedanken gemacht. Für Let's Plays bin ich mir noch nicht wirklich sicher. Welche zähle ich da und was ich dann nehme. Da muss ich mir aktuell nochmal nachdenken. Aber ich glaube schon, ich weiß schon, was ich nehme. Real Talk, eigentlich auch schon. Dann noch Streams, habe ich auch schon eine Idee. Das werde ich dann auch hinzufügen. Also das Intro. Wenn ich Glück habe, schaffe ich das Intro noch diese Woche. Das wird jetzt mal mein neues Intro sein. Das ist 23 Sekunden lang. Ja, das ist ein bisschen länger, aber ich finde einfach so ein Intro ist einfach schön. Und sogar ein bisschen noch was zu sehen. Und ich finde es eigentlich relativ schön. Ich muss natürlich noch schauen, wegen oder was ich genau verwende. Also wie ich das genau schneide, weil so finde ich das in Ordnung auch mit den Spuren. Aber wie ich das schneide, muss ich dann später schauen. In der Abstimmung will ich das so lassen, weil das immer so alle meine Kernaspekte von Maxurus haben. Also Streams zum Teil. Real Talks Videos oder Sachen, mit denen ich rede. Dann Mein Weg zum Physiker. Dann Let's Plays garantiert oder Gaming Videos. Dann, ähm, da ist ja ein neues Set Set. Ist ja Vlogs, habe ich einfach da als Unterschied, weil ich fand die Szene einfach relativ schön. Und hinten habe ich einfach nochmal mein Logo aufzeigen. Also nicht mein Logo, sondern einfach diesen Shift. Das fände ich auch relativ schön. Man hat dann auch, hier habe ich hier noch ein Stellgrund. Also das kann man dann halt rausfällen lassen. Das Ende. Also langsam abklingen lassen. Dann habe ich auch hier Green Skin hinter. Dann kann ich das direkt im Video einbauen. Das habe ich auch noch vorne vor. Aber das mache ich erst, wenn ich fertig bin. Das sind die paar Sachen, die ich euch noch zeigen wollte. Für den Kanal Banner, also für das Ding, habe ich leider noch eine Skizze gemacht. Ein bisschen Sammelsorium von Ideen. Aber ich habe dazu einfach gar nicht wirklich sowas. Weil ich muss mir ganz ehrlich noch mal Gedanken machen, wie ich das genau umsetze. Für Twitter werde ich mir auch eins erstellen. Auf Twitter werde ich mich dann auch mal ein bisschen verewigen und noch ein bisschen mehr machen. Sondern weitere Social Media Plattformen soll dann in den nächsten Wochen oder so ein neues Video kommen. Was ich interessant finde. Und da kann ich jetzt einfach nur eins sagen. Ich hoffe euch gefallen diese neuen Designsachen. Das Video werde ich jetzt immer dazwischen schieben. Ich versuche heute mal wieder ein paar mehr Videos hochzuladen. Das bin ich euch schuldig. Und das mache ich auch. Es kommen garantiert. Doch diesen und nächsten Monat. Einige gute Videos. Das kann ich euch versprechen. Ja. Denn man hatte schon manche im letzten Stream. Der Freitag stattfinden sollte. Gesehen. Da kam insgesamt eine Hauptsache dazwischen. Jetzt eigentlich zwei. Einmal, dass ich das Audio nicht richtig angestellt habe. Shame on me. Und zum anderen noch was wegen der WG, die ich aktuell gründe. Und da müssen wir uns aktuell drum kümmern. Aber das sehen wir schon relativ weit mit. Es wird auf jeden Fall genial werden. Da kommen nur etliche Videos vor. Ich kann auch versprechen. Denn das Studiumleben fängt bei mir gerade an. Aber dazu kann ich nur eins sagen. Ich bin Max Soos. Wir sehen uns auf meinem Kanal. Abonniert meinen Kanal, falls ihr mehr solche Videos sehen wollt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Und tschüss. ! O pub. Dort ist jetzt eine neue Portflerapation! Oh, es war extrem wichtig! Ben es ist hier erzählt.